Vielleicht sieht man ja wenigstens einmal im Leben auf der GoPro, wie steil das ist. Hier bleibt man natürlich mit den Petalen hängen, wenn man treten muss. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt Weihnachten gut überstanden. Es ist jetzt mein erster Christmas-Ride. Heute ist der, was haben wir heute, 26. Genau, und ja, wir sind hier, wo sind wir eigentlich? Enstey Hill. Das ist ziemlich nahe zu dem Ort, wo wir gerade übernachten. Also bei den Freunden von Roddy. Und ja, wir schauen uns jetzt hier mal die Map an, was es hier für tolle Trails gibt. Ja, also wir haben keine Ahnung, was uns erwarten wird. Aber ich bin mir sicher, es wird bestimmt ein toller Tag. Okay, es geht jetzt schon irgendwie back ab. Obwohl wir noch keinen Berg hochgefahren sind. Aber ja... Es ist auf jeden Fall sandig hier. Also wir haben auch keine Ahnung, wie anstrengend die Trails sind oder wie anspruchsvoll sind. No idea. Look at this. We have to do some work. Also es ist jetzt ungefähr halb elf. Wir wollten eigentlich viel eher los, weil es nämlich, guck da hoch, alles blaue Himmel, keine einzigste Wolte. Und es werden heute 35 Grad. Richtig knackig. Ich weiß auch nicht, warum wir immer in der Hitze fahren. Vielleicht sieht man ja wenigstens einmal im Leben auf der GoPro, wie steil das ist. Aber wahrscheinlich nicht. Aber ich denke, dass man da vorne jetzt einen kleinen Ausblick bekommt. Hoffe ich. Du musst anders sein, ja? Danke. So nice, Tori. Oh shit, ja. Schöner Lookout, schöner Ausblick. So mal ein bisschen rein. Ah ja, there is the ocean, ja? Genau. Da, ganz da hinten. Seht ihr das Meer? Huuuuh, the bench is shaking. I can't do a white. Schön, 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 schön. Roddy's bike and my bike. Und hier die Aussicht. Okay. No. Uh, that looks nice. Kopf einziehen. Bushes ahead. Watch out for Kangaroos and Koalas. Okay. Diesen Track haben wir gerade, äh, diesen Trail haben wir gerade empfohlen bekommen. Das geht nicht runter. Uh. Uh. Wer war es, Samsel? Okay, ein paar Rocks hier. Hier bleibt man natürlich mit den Petalen hängen, wenn man treten muss. Oh, big Rock Gardens. Oh, big Rock Gardens. Oh, big Rock Gardens. This is not a blue line. Blah, blah, blah. Yeah. Come on, young girl. Yeah. Just waiting for you. Okay, es sieht ein bisschen besser aus, aber nicht wirklich wie ein Single Trail. Gleich geht es ja jetzt endlich mal runter. Ja, sieht ganz danach aus. Also, es war ja eben nichts gewesen. Oh, Achtung Baum, Roddy. Was ist so, am Highly? Ich bin großartig. Oh. 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 Boah, der Gully. Go, Roddy, go, Roddy, go, Roddy. Leute, Sau-Stein hier. Und Sau-Heiß. Roddy strampelt hier ganz schön rein. Okay, ich muss aber auch sagen, eben bin ich gefahren und er ist geschoben, hat geschoben. Aber bisher trotzdem sehr schön hier. Okay, so we're doing the purple one? Genau. Okay. Ja. It looks a little harder, but here we gotta watch it, because otherwise we're gonna come back here again. Let's do it. Let's rock and roll. Ja, ich hoffe, dass dieser Trail jetzt ein bisschen besser ist wie der vorhin, wo die ganzen Steine waren. Weil da konnten wir ja wirklich nicht fahren. Okay, es sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus. Flowiger auf jeden Fall. Ja. Ja. Das war's für heute. Also der macht auf jeden Fall Fun, muss man auch nicht reden, bisher zumindest nicht. Ich muss mich an die Bremsen gewöhnen, ich hab hinten zu viel gebremst. Oh, hier wird's ein bisschen steiniger. Oh, geiler Ausblick. Oh, I have to stop here. Oh, look at the ocean, it looks so blue. Oh, it looks beautiful. Um, yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Das war's auch schon für heute. Ein relativ kurzes Video, aber es muss ja nicht immer 20 Minuten gehen. Auf jeden Fall hat der letzte Trail uns wirklich sehr, sehr gut gefallen. War sehr flowig, sehr schnell. Und, ja. Ich glaub, das reicht für heute auch, weil 40 Grad, man muss es ja nicht übertreiben. Ja, wir packen jetzt zusammen und dann geht's nach Hause. Und, ja, wenigstens haben wir ein bisschen was gemacht. Ein kleiner Christmas Ride. Ich wünsche euch schon mal ein frohes neues Jahr. Ich weiß nicht genau, wann das Video online geht. Also entweder einen guten Rutsch oder ein frohes neues. Und, ja, wir sehen uns im nächsten Video. Schwingt euch aufs Bike und travel and ride. Und von Australien. Ja. Whatever you said. Okay. Und denkt dran, einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Und ciao, ciao. Massage für den Arsch. Rumpelt wie Sau. Ich bin nur walkin' ... 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